Ja, auch Schlemmer, ne? Stellvertretender Chefredaktur vom Gräbenreicher Tagplatz, knallhart nachgefragt. Freunde, ihr wisst Bescheid, ich mach auch Führerschein. Ja, wollte ich schon mal gucken hier, nach dem schönen Waren. Das ist hier der bekannteste Gebrauchtwarenhandel in ganz Gräbenreich. Das ist einmalige Schlitten, manche auch zu teuer. Ich meine, du musst dir sehen, wo du bleibst mit 3000 Meter im Monat. Was ist das denn für eine Schleuder? Ne. Also der Waren muss mich schon, der muss mich praktisch anstrengen, weißt du? Ich muss den Waren quasi im Urin haben. Oh, ja. Also auf einer Skala von 1 bis 10 wären wir hier bei 6,5. Das könnte was sein. Hör mal. Ja. Hier, ich hätte Interesse, weißt du? Ja, sicher, sicher. Komm mal hier, gucken. Oh, der ist schön. Hör mal, Horst Flemmer, Chefvertretender Chefredaktor von Gräbenreicher Tagblatt. Äh, an dem Waren hätte ich unter Umständen Interesse. Äh, Motorleistung, sag mal. 91 PS. Ja, unter dem Waren. Generalüberholt. Ja, unter Wunderschutz, natürlich. Ich muss mich darauf verlassen, weißt du? Nein, natürlich nicht. 2.950 ist der Preis. Wie ist es mit Raten? Monatlich. Raten nehmen wir. Jährlich. Wir einigen uns. Pass auf, lass mich nur. Ich dreh eine Runde. Ja. Und dann sag ich dir Bescheid. Dann weißt du Bescheid. Können wir machen. Ich möchte dir einmal über den Platz mitteilen. Tommi, Hohmann, ich bin vom BMW. Ja, lauf. Weißt du? Dass ich einmal ein Gefühl kriege für den Waren. Weißt du? Ja. Was ist das denn für ein Tödel? Ja. So. Guck dir schon mal rein, ne? Oh, Entschuldigung, ich muss Telefon. Ja, ich spreche dir einfach mal über den Platz eine Runde, darf ich? Hey, schau sie mal rein, ich komme da gleich wieder, ne? Ja, ich fahre einfach mal eine Runde. Das Fenster ist raus. Hör mal. Ja. Müssen Sie einsetzen. Ja, ich weiß es nicht. Da muss man erstmal ein Gefühl kriegen dafür, ne? Mit der Scheibe muss man sehen. Ne, ich weiß es nicht. Ja, mal gucken hier. Sieht wie auch so ein bisschen komisch. Also, so richtig ist das meins. So. Ah. Ja, einfach mal eine Runde drehen. Und dann weiß man mehr. Wie war das? Was hat der Fahrlehrer gesagt? Rückwärts? Vorwärts? Nein. Oh ja, der brummt schön. Ja. Ah, der ist schön. Der ist schön am Brummen. Ja, und lenken, ne? Ich sehe gar nichts. Scheiße. 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 Ich hab wieder reingetragen. Schnell weg. Der hat ja nicht mal Airbag. Der hat ja nicht mal Airbag. Ich nehme doch hier keinen Unfallwagen, die Wurmchen. Unfallwagen, André. Hey, du Jett! Ja. Ich nehme doch keinen Unfallwagen, hör mal. Unfallwagen! Ach, du bist doch bespreuert. Das kann doch nicht sein! Scheiße! Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.